Voll die Pussy, der Hippie-Pilot. Gut, da ist er. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Ist ihr da sicher? Hey, ich hab das Ding gerade Punkt genau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Einmal hier. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Ja, da müssen wir wo runter. Und uns dabei noch durch... Im Dorf gibt's sich ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. ...eine Masse von Menschen schlagen. Oder Gegner, so. Aber kein Problem für uns. Okay, ich will eine andere Waffe noch dazu haben. Ähm... Ja. Was nehmen wir denn mal? Ich bin auch für die hier. Ich bin unterwegs! 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 Natürlich hab ich hier unterwegs. Hast du was anderes erwartet? So, wir schlagen uns mal hier so ein bisschen noch durch die Häuser. Das ist immer lustig. Wo seid ihr denn noch? Sieht doch schießt, Zadat! Scheiße! Stürb! Wir sollten uns von der Hauptstraße fernhalten und hoch auf die Dächer kommen! Wo ist Target und was habt ihr mit ihm gemacht? Geht nicht ohne mich! Sofort jemand an das beschissene MG! Das MG ist cool, das ist geschützt. Oder da bin ich geschützt! Ja, das war's auch schon wieder! Das ist der Spaß auch schon wieder vorbei! Hallo! Hallo! Ich glaube es hackt! Das war's! Boah! Das machen wir nicht! Okay, das Spiel ist falsch. Ich hab' den Kopf! 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 Der wär' auch tot! Einer sollte... Boah! Werf' ne Granate, du Idiot, ey! Okay... Ich hab' natürlich eine vollen Granate rein! Aha! Jetzt bist du tot! Ich seh' grad nix! Boah! 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 Oh, kommt, ey. Ihr seid doch Arschlöcher mit euren kackten Panzerfäusten, ey. Von da. Wo, von wo kamen die? Da ist, da ist die Lack. So. Um hat sich hier den Hohen soll alles angehen gesetzt. So. Nein, SCAR wollen wir nicht. Hier ist auch nichts Interessantes. Wir können den Jeep hier nehmen. Gib mir die Ankunftszeit des Satelliten Sweetwater. Berechneter Einschlag in plus minus vier Minuten, aber keine Ahnung, wie präzise das ist. Lasst uns aufbrechen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz sehr präzise. Hier ist einer. Wo, wo, wo? Ich sehe niemanden. Aber den hier ist der Piste. Okay. Autofahren und dieses Tier. Das ist nicht so einfach, auch wenn man gerade, auch gerade, wenn man mich zieht hier. Ach, nach 12 Uhr. Feindliche Fahrzeuge kommen näher. So viel zum Überraschungsmoment. Die wissen, wo der Satellit runterkommt. Woher konnten die das wissen? Du hast doch den verschissenen Satelliten gehackt. Woher die das wissen? Guck mal hoch! Hallo, hallo, hallo. Von wo, von wo, von wo? Von, wo, wo? Oh, komm ey, leck mich doch am Arsch. Von vorne, von mir war gar keiner. Ja. Hallo? Wir müssen weiterbressen. Moment, da ist eine Richtungsverzögerung. Langsamer! Wir können nicht bremsen! Wir können nicht! Ja, genau. Bremsen, wer bremst, der verliert. Okay, ich fahr richtig scheiße. Boah, ist doch krankiger. Boah, ist doch krankiger. Verpisst euch doch. Boah, ich seh doch gar nix. Das ist doch krankiger. Fackter. Es geht nicht weiter. Durch das Dorf Hubschrauber Ich sehe überhaupt nichts Ja Ich fahre doch Da waren sie vorig auf dem Quad Hätten die auch besser machen können Dass man hier Winzen Oh was sieht Ja jetzt sind sie auf einmal weg Die Gegner Ja das Ding ist groß Das Ding ist auch gut gelandet Aua Das ist das schönste was ich je gesehen habe Lasst uns einfach den Scheiß Satelliten holen Ja Sehe ich auch so Ja Dann wollen wir uns den Satelliten holen Aber das erst beim nächsten Mal So das war es erstmal von Let's play Battlefield Bad Company 2 Also bis dann Das war es erstmal von So das war es Ja Das war es Ja Ja Das war es Vielen Dank.